Genau, Baby, so musst du das machen. Ja, genau, zeig's mir, ja. Schöne Lippen, ja, genau, die schnippen raus, ja. Sehr schön, sehr schön. Genau, und jetzt zeig mir mal deine Schokoladenseite. Schokoladenseite. Hast du sowas eigentlich auch? Mein ganzer Körper ist eine Schokoladenseite, Kollegin. Guten Tag, was für zwei hübsche Exemplare. Willkommen bei Casanova, Condorbewerber. Noch viel besser. Wir sind von der Kriminalpolizei. Oh, wir suchen einen Mann. Oh, also doch Kunden. Nein, immer noch von der Kriminalpolizei. Es geht um jemanden, der heißt Engelmann. Manuel Engelmann. Schon mal gehört? Ist er Kunde hier? Das wüssten wir gerne von Ihnen. Nein, hier ist kein Engelmann ins System. Aber das ist ja auch kein Wunder, die meisten Kunden buchen ja über Pseudonyme. Diskretion, Sie verstehen. Ja, 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 eifersüchtige Ehefrauen und so weiter. Vielleicht hilft Ihnen ja dieses Foto weiter. Auch nicht. Aber vielleicht hat Ihnen einer der Jungs schon mal gesehen. Kommen Sie mit, bitte. Fürs Flair. Auf den Geschmack gekommen? Geht so. Perfekt. Genau, Matthias. So ist richtig. Tom, komm du mal dazu. Genau, stell dich daneben. Perfekt. Perfekt. Wir machen noch Werbefotos. Also, hier sind Sie. Unsere meistgebuchten Jungs. Matthias Berg und Tom Flauch. Also, wenn hier jemand Engelmann kennt, dann die beiden Jungs. Kripo-Fragen. Also, wenn Sie mich auch bitte entschuldigen würden. Heute ist nämlich Oregon 6 Mittwoch und da brummen die Buchungen. Ja. Dann viel Spaß. Ja, wir wollen Sie gar nicht lange aufhalten. Mein Name ist Nasenband von der Kriminalpolizei. Das ist meine Kollegin Stamm. Und auch wenn es nicht so aussieht, sie ist ebenfalls beruflich hier. Kennt vielleicht einer von Ihnen beiden diesen Mann hier? Nein. Nie gesehen. Vielleicht war er mal Kunde bei Ihnen. Schauen Sie noch mal genauer. Nee, Entschuldigung. Hübsches Gesicht, aber hat mich leider noch nie gebucht. Ich muss jetzt auch los zum nächsten Kunden. Der weiß doch was. An dem sollen wir dranbleiben. Auf jeden Fall. Was? Sag das noch mal. Tja. Okay. Schickst du es mir gleich per Mail? Ich danke dir. Was ist los? Es war gerade Sarah. Der DNA-Vergleichstest liegt vor. Und? Der Tote ist nicht Manuel Engelmann. Echt jetzt? Ja, das hat es mir gerade eben gesagt. Das war es aber noch nicht. Jetzt mach es nicht so spannend, bitte. Wir wissen trotzdem, wer der Tote ist. Und wer? Rico Lechner. Moment mal, Rico Lechner? Das ist doch der Arbeiter vom Containerhof, der gestern laut seinem Chef nicht zur Arbeit erschienen ist. Und der ist vorbestraft wegen sexueller Ernötigung. In zwei Fällen. Deswegen auch in der Kartei. Und wie kommt dann der Ring an die Leiche? Wahrscheinlich will uns jemand weiß machen, dass Engelmann tot ist. Und wozu? Ich rufe mich ja an. Jo, Robert. Hm. Was ist? Können wir jetzt endlich hinter unserem Casanova her? Wir fahren erst mal zu den Engelmanns. Du, Robert, ich melde mich wieder, ja? Okay, ciao. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oma, war das in Ordnung? Papa lebt. Was? Wo ist er? Das wissen wir leider noch nicht. Und wer ist dann der Tote am Containerhof? Rico Lechner. Sagt Ihnen der Name etwas? Ja, der hier. Das ist ein Foto von ihm. Noch nie gesehen. Kennen den Mann, oder? Schatz, alles in Ordnung. Nein! Ja, ich kenne ihn. Woher kennen Sie ihn? Was ist los? Oh Gott! Ich weiß nicht. Wir wollen Ihren Vater finden. Und das geht nur mit Ihrer Hilfe. Nein! Was ist los? Ich will los! Oh! Das war ungefähr von mal in mir. Ich bin von einer Party nach Hause gekommen und auf dem Weg wurde ich von zwei Männern abgepasst. Zuerst waren es nur irgendwelche Sprüche, die sie mir zugerufen haben, aber dann haben sie mich in ihr Auto gezogen. Sie sind dann mit mir in den Containerhof gefahren und haben mir die Kleider vom Lab gerissen. Haben Sie sie vergewaltigt? Ich weiß gar nicht mehr, wie lange alles gedauert hat. Ich weiß nur, dass ich dann... Dass ich am nächsten Tag... ...mein Bett aufgewacht bin und totale Unterleibsschmerzen hatte. Oh mein Schatz. Ich habe damals sofort bemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ich habe sie ganz oft gefragt, was los ist, aber... ...ist mir immer ausgewichen und hat gesagt, es sei einfach so viel los in der Uni. Und... Hey... Es tut mir leid, Frau. Sie müssen sich für gar nichts entschuldigen. Sie haben nichts falsch gemacht, sondern nur diese beiden Mistkerle. Haben Sie Ihren Vater davon erzählt? Als meine Mutter vor sechs Wochen auf diesem Wellnesswochenende war, da hatte ich wieder Albträume. Und dann ist er ins Zimmer gekommen und hat eben gehört, wie ich gesprochen habe. Da habe ich ihm alles erzählt. Wie hat er reagiert? Er hat mich lange angeschaut. Und dann war es gesagt, was ich nie vergessen werde. Was hat er gesagt? Er meinte, dass er dafür sorgen würde, dass die Albträume bald aufhören. Okay. Können Sie den anderen Mann von damals beschreiben? Ja, so ungefähr mein Alter. Relativ jung. Frau und Haare. Der hier? Ja, was ist das? Sicher. Die verfolgen mich im Enttreu in mir. Das ist er. Ich bin mir sicher, der Vater hat den Vergewaltiger seiner Tochter ausfindig gemacht. Ah, der Lechner hat das zuerst gefunden. Und wenn er den Lechner gefunden hat, dann findet er auch den Berg. Aber was ist mit dem Ehering? Warum lag der bei der Leiche? Das finden wir raus, aber als erstes müssen wir den Berg finden. Der hat auch einen Kunden, hat er gesagt. Und deshalb rufen wir jetzt sofort die Agentur an und finden raus, wo er ist. Davor Hengelmann das tut. Oder sogar der Kunde ist. Das Handy von diesem Berg wurde hier geortet. Das kann ja kein Zufall sein. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Hier geht da lang. Wir hier lang. Hier ist Blut. Anscheinend hat Engelmann ihn vor uns gefunden. Das kam von da. Das ist ja meine Tochter. Hör auf! Lass ihn scheiß! Hör auf! Engelmann! Hör auf damit! Weck doch! Weg von dem Mann! Und das Feuerzeug weg! Was machen Sie denn hier? Dafür sorgen, dass Sie nicht noch mehr Scheiße bauen. Was für Ihre Tochter passiert ist, ist ganz fürchterlich. Aber Sie dürfen nicht bestrafen. Das darf nur die Justiz. Bestrafen? Bestrafen? Das ist doch keine Bestrafung. Das hier, das, das ist Gerechtigkeit! Am Ende des Tages kommt jeder noch ein super Anwalt und haut diesen Abschaum raus auf Bewährung. Und meine Tochter, die hat lebenslänglich bekommen. Wie sind Sie überhaupt auf die beiden gekommen? Mir hat mir erzählt, dass sie hier am Containerhof vergewaltigt wurde. Einer der Typen kann sich wohl hier aus. Also musste er auch hier arbeiten. Sie konnte mir die Täter gut beschreiben. Also bin ich eines Nachts hergefahren und da... Hab ihn entdeckt. Bergskumpel Reker. Da stand er mit seinem gränzenden Gesicht. Als ob nichts gewesen wäre. Hat sich aufgeführt wie Narfell und ist über sie hergezogen. Und dann hat er noch die Dreistigkeit zu sagen, wie entzückend es war mit ihr. Einer kleinen... Dreckskerne. Ohne Reue. Die hätten das wiedergetan. Einer musste das doch beenden. Los, sag mir den Namen. Bitte nicht. Sag mir den scheiß Namen. Berg. Matthias Berg. Wo finde ich ihn? Bitte nicht. Ich sag's dir zum allerletzten Mal. Wo finde ich den Matthias Berg? Casanova. Er arbeitet für die Agentur Casanova. Bitte. Ich hab ihn über seine Agentur auskundschaften können. Und dann hab ich nur auf den richtigen Moment gewartet. Warum ihr Ehering? Ich wollte meinen Tod vortäuschen. Und dann abtauchen. Ich wollte warten, bis Gras über der Sache gewachsen ist. Und dann zurückkommen, meine Familie holen und Mia und ins Ausland gehen. Damit Mia ohne Angst leben kann. Ich wollte doch nur Gerechtigkeit. Die würde es geben, Herr Engelmann. Dafür werden wir sorgen. Komm. Ich glaube, Herr Engelmann. Ich freue mich, dass ich mir. Ich freue mich, dass ich mir. Ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020